Ich heiße euch, ganz herzlich willkommen zurück zu Simmerport auf meinem Kanal. Endlich geht's weiter und es gab in der letzten Woche keine bis fast keine Folge. Aus dem Grund, weil ich hier... Was ist jetzt hier schon wieder los? Weil ich hier so manche Probleme hatte und das Spiel von alleine abgestürzt ist. Aus diversen Gründen, aus welchen auch immer. Und auch noch ein paar Bugs aufweist. Es könnte aber auch nur an meiner Map liegen. Ich weiß es nicht genau. Aktuell läuft es jetzt gerade und ich hoffe es läuft die ganze Aufnahme weit. Ich möchte mal für den Anfang, bevor wir irgendwas machen, die Gates oder die Terminals, wenn man es so nimmt, umbenennen. Denn aktuell ist ein riesen Chaos und mit der weiteren Seite, wo ich noch Landkauf gemacht habe, weil wir gut Geld haben gerade, wird es einfach immer mehr. Und deshalb habe ich gedacht, hier machen wir dann A, B, C und D. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Also wenn ich jetzt hier A, 1, dann machen wir A, 2, A, 3. Ah, macht er automatisch, sehr schön. A, 4, A, 5, A, 6. So, ihr habt es gewünscht und ich finde, das sollte man auch machen. Also es war höchste Zeit, dass wir da mal etwas machen. Und das ist auch etwas, was ich selten bisher gemacht habe, weil das immer so nebenbei ging es unter und dann war es gar nicht mehr nötig am Ende. Okay, so, jetzt machen wir hier C. So, wenn es nach mir gegangen wäre, also das war jetzt der Vorschlag eines Zuschauers. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, dass wir hier 2 machen und da drüben 1. Und dann doch den Buchstaben nach rundherum. Aber so finde ich das auch nicht schlecht gelöst. Also ich hätte vielleicht dann gesagt, das ist 2 und dann A, B, C, D, E, F und so weiter. Und das ist 1, also Terminal 1 und 2. So sind sie einfach in 4 verschiedene aufgeteilt. Müsste auch passen. Und dann haben wir hier im Flugmanagement drin auch eine einfachere Aufteilung. Die unteren sind jetzt die da drüben, die sind noch nicht. Man muss natürlich auch genau wissen. So, hier haben sie übrigens auch was geändert. Und zwar, man kann, wenn ich jetzt Shift drücke, man kann das genauer einstellen, soviel ich da weiß. Muss ich aber gerade selbst überlegen, wie das ging. Äh. Ne, will ich nicht canceln, also kriege ich gerade nicht Reproduktion. Ah, hier, schau her. Eine Minute kann ich umstellen. Und jetzt könnt ihr da oben, oben hier schauen. Und jetzt kann ich die auf die Minute genau verschieben. Seht her. Das ist möglich. So, und ich wurde auch noch gebeten, da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt gehen wir mit dem auf die Minute genau auf 6 Uhr. Und ich gehe jetzt mal auf 10 Minuten Abstände. So. Geht da jetzt 10 Minuten, also. 6 Uhr 10. Wir machen jetzt immer 10 Minuten Abstand rein. Das ist so 20. Das ist ein bisschen eine Konzentrationssache. 6 Uhr 40. Das sind 10 Minuten, vielleicht zu wenig. Machen wir jetzt 20 Minuten. 27, da kollidiert schon was. So, und irgendwann muss man ja wieder vorne beginnen. Dann machten wir hier 6. Das kommt gar nicht drauf an. Hä? Ah. Gut, er muss auf X-Relat stehen. Okay, dann ist der 6 Uhr 10. 6 Uhr 30. Also. Es sind irgendwann so viele Flüge. Äh, ja. Dass man sowieso nicht mehr auseinanderhalten kann. Ich sag's mal so. Wenn ich das jetzt so durchmache. Klar, es sieht dann übersichtlicher aus. Ganz klar. Aber am Ende mischt sich sowieso alles hier mit den anderen Daten. Also. Vielleicht, wenn ich mal Zeit habe zwischen den Folgen. Sonst halten wir uns jetzt da 20 Minuten auf mit dem. Mehr oder weniger. Und jetzt wollen wir aber gerade wieder zurück zu dem brennenden Punkt hier. Den wir da zuletzt hatten. Erstmal machen wir da einen roten Teppich rein. So. Ich hab das jetzt so gelöst. Wir hatten ja da eine Fehlermeldung. Und einerseits konnte ich hier, konnte ich Türen einbauen. Und dann war die Fehlermeldung weg. Dann liefen aber wieder alle hier hin und her. Und das wollten wir ja nicht. Dann habe ich mich entschieden, hier eine Treppe einzubauen. Anstatt eine Rolltreppe. Und da können jetzt Leute auch wieder runterlaufen. Wenn sie es nötig haben. Zwischendurch gibt es Leute, die da runterlaufen. Und was das überhaupt liegt, kann ich nicht beantworten. Aber es gibt es die tatsächlich. Und wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt hier die Zone noch erweitere? Geht auch. Ist möglich. Okay. Dann sieht es hier geschlossen bündig aus. Unten haben wir einfach auch noch ein bisschen einiges an Arbeit. Denn es war wirklich, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war ja hier ein Riesenchaos. Und danach, das muss ich auch noch sagen, danach ist mir ja das Spiel abgestürzt. Dann habe ich so gedacht, ja, vielleicht habe ich es jetzt übertrieben. Irgendwie habe ich es aber doch nicht übertrieben, sondern es war tatsächlich ein Problem. Irgendwo. Was ich gemerkt habe, Leute lassen sich hier von den Fahrzeugen reinziehen. Also die stehen da, keine Ahnung für was. Und dann kommen die da nicht mehr weg. Und ich hatte Probleme, dass da Leute standen. Und das hat wahrscheinlich das Game am Ende zum Abstürzen gebracht. Ich könnte es mir gut vorstellen. So, ja, hier ist auch noch alles im Rohbau, mehr oder weniger. So, jetzt kommen wir mal zu den Warteschlangen. Okay, wie rum war das denn schon mal so? Mit einem Abstand dazwischen. Und hier so lange fiel ich jetzt gerade, gerade aus dem Bauch raus eine gute Länge. So. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob sich das gut aufteilt. Oder ob an einer Stelle mehr Leute kommen. So, die einen gehen jetzt in die Schlange. Die anderen machen sonst was. Und ich schließe sie immer an beiden Stellen an. Am besten immer so zwei zusammen. Mal schauen, ob es dann geordnet abläuft. Da bin ich ja mal gespannt. So, wer zuordnet zu dem oder zu dem. Den und den. Den und den. Den, den. Und der da unten, der letzte Verbleibende. Den und den. So. Und danach können wir hier hinten wieder zuordnen, wenn wir das möchten. Und jetzt beobachten wir das einfach mal so. Ich habe so das Gefühl, die Schlange könnte voll werden. Wir können dann auch noch die First Class separieren. Das wir zum Beispiel sagen. So, zuordnen. Hier, Economy, weg. Dann ist da erste Klasse Flugcrew. Das würde ich nur bei einem machen, ehrlich gesagt. Und jetzt seht ihr, was da passiert. Wir haben immer noch zu viele Leute, die da kommen. Und als ich hier eben offen war, sind da auch komische Dinge passiert. Leute sind hier in die Security rein. Dann raus, aufs andere Terminal rüber. Und dann wieder hier hin. Das war komisch, ja. Teilweise. Ja, und so ist jetzt das mit den Schlangen abgefertigt. Und ihr seht, da sind die ID-Jacks klar. Das, wo gehindert wird hier. So, jetzt das kurze Test. Äh, wo haben wir die? Da. Wenn ich jetzt da noch so einen einbaue und da. Dann kommen die Leute ja nicht mehr vorbei, oder? Oder kommen sie vorbei? Ja, jetzt haben sie die Leute abgebaut. Es ist aber auch schon 1 Uhr nachts, also 100 Minuten, 80 Minuten. Ah, sie haben noch Zeit. Da fehlt uns gerade das Personal. So, die Ordnung ist natürlich hier auch zu. Economy ist hier weg. Also sollte jetzt funktionieren. Leute stehen da. Testen wir morgen. Ansonsten können wir natürlich das Doppelte hier durchlassen. Oder fast das Doppelte. So, jetzt schauen wir mal da unten. Da kommen ja jetzt schon wieder die ersten Leute. Und da wäre es mal schön, wenn wir da mal einen Fussboden hätten. Sowas zum Beispiel. So, zum Beispiel ab da. So, man merkt, da geht es ins Ticketing rein. Da unten musste ich leider den Durchgang ein bisschen schmälern, weil unsere Ausfahrt hier zu klein war. Muss man anerkennen. Die war da wirklich zu klein. Ich hoffe, das passt immer noch. So, Foodstände müssen wir auch noch schauen, dass die... Also, die ganze Halle hier ist noch eine... Eine kleine Baustelle. So, jetzt erstmal hochgehen. Und ihr seht, die können dran vorbeilaufen. Alles klar. Denn so können wir nämlich hier diesen Engpass auf jeden Fall lösen. Wusste ich nicht mehr oder haben sie mal geändert. Könnte auch sein. Ich stelle mal 62 ein. Es braucht wahrscheinlich noch zwei, drei mehr. Weil ihr seht, das ist jetzt klar der langsame Punkt hier. Und auch Business Class hat hier einige, die da anstehen. Auch wenn die nur auf einer Seite vertreten sind. Vielleicht können wir auf der anderen Seite auch noch so etwas machen. Was ich schon gesehen habe bei Screenshots, dass sie hier zwei Metalldetektoren hintereinander hatten. Aber das finde ich ein bisschen unrealistisch. Irgendwie. Weil durch ist ja durch. Oder nicht durch. Man kann ja nicht sagen, ich gehe da durch. Dann da vorne und da nicht. Das ist ein bisschen komisch da. So, also ja, gerade sind wirklich hier sehr viele. Auch von dem. Der hat alleine hier, na gut, da ist das Gepäck nicht ausgeladen. Aber 350 Leute müssen da rein. Und die versperren hier erstmal die Schlangen. So, jetzt kommt natürlich das andere. Wenn ich jetzt das voll Schlangenballere hier. Kommt man dann noch durch. Oder haben wir dann wieder eine Fehlermeldung? So. Ne, scheint keine Fehlermeldung zu geben. Also, die ordne ich dazu. Und jetzt muss ich natürlich das ganze Zuordnungssystem nochmals umbauen. Und da oben machen wir Economy gerade weg. Dann haben wir auf beiden Seiten erste Klasse. So, dann den. Nicht zuordnen da, sondern da. Den ordnen wir da und da zu. Den da und da. Den da und da. Den nicht da unten, sondern da. Am Ende ist es nicht ganz so wichtig, dass es genau passt. Aber es sollte einfach irgendwie zugeordnet sein. Dass es aufgeht. So. Ach Gott. Lauf doch nicht da hin. Dieser Typ da. So. Da gibt es wieder solche, die da vordrängeln wollen. So. Schon bald sind wir unten angekommen. Und da mache ich auch noch gleich so. Und den machen wir da weg. Und da. Gut. Haben wir es geschafft. So. Und jetzt soll hier mal die Rush Hour kommen. Vielleicht am Nachmittag. Wir brauchen noch ein paar Mitarbeiter. Zwei. So. Stell dich noch an. Jetzt kommt da mal die Rush Hour. Und dann schauen wir mal, wo jetzt das Problem liegt. Ich denke mal hier hinten. Weil die teilen sich jetzt so gut auf. Also ja. Schon die Mitte hat schon mehr. Aber da wir die mit von unten auf allen verschiedenen Seiten hochbringen. Und die dann oben auch noch nicht mal gerade auslaufen. Das seht ihr da. Gehen hin und her. Hier so. Teilt sich das ganz gut auf. Business hat ein bisschen weniger hier hinten. Da unten auch. Aber jeder Stand hat ja auch zwei Anschlüsse. Das passt. Und tatsächlich Gepäck. Wird so ein Problem. Und da vorne. Okay. Also das sieht schon deutlich besser aus. Damit bin ich sehr zufrieden. Jetzt müssen wir nur hier dann noch aufräumen. Aber das ist schon mal sehr gut so. Und unten muss auch aufgeräumt werden natürlich. So. Ich würde dann sagen. Das ist weg. Und bis hierhin geht die Tickethalle. Wenn das möglich ist. Tickethalle. Wenn da kein... Wenn da Abstand sein darf. Passt aber so. Und die haben wir ja gar nicht noch so richtig beobachtet. Wenn wir da ehrlich sind. Und diesen Raum da. Den würde ich jetzt... Auch mal abreißen. Oder. Ah. Ja. Schon so bad. Hab mir gedacht. Wir könnten ihn noch als Lager nutzen. Aber das... Da war es schon vorbei. Leider. Gut. Da unten muss ich mir noch was überlegen. Also auch mit den Treppen. Die hochgehen. Da hat es noch halb abgerissene Häuschen und so. Oder... Ist noch nicht ganz so weit. Und da unten staut sich es halt schon noch. Da haben wir noch die alte Ordnung. Oder. Aber auch hier könnte ich eine einfache Lösung. Nur dass es mal ein bisschen schneller vorangeht. Haben wir ja jetzt gelernt. Könnte ich sie in richtiger Anordnung reinbauen. So. Und so. Und. Wo ist der falsche? Der da. So. Bauen wir die da noch ein. Dann sollte es auf jeden Fall hier schneller gehen. Ob es dann hier vorne schneller geht. Ist nicht so. Aber auf der anderen Seite. So. 73 bis jetzt. Naja. Die Kosten steigen natürlich auch. Und ich müsste unbedingt. Das habe ich vergessen. Ich habe nämlich hier die Busse. Habe ich auf stündlich gestellt. Die müssen wir unbedingt wieder hochstellen. Damit wir bei der Transportkapazität da auch gut dastehen. So. Jetzt kommen da wieder mehr Busse. Weil die haben ja auch so eine Verstopfung. hinbekommen hier. Da wir da jetzt aber länger sind. Sollte das auch passen. Hoffe ich ja. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Das Gebäude hier draußen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wenn man bedenkt. Was wir alles. Äh. Innen jetzt für Platz haben. Und auch hier drüben. Das ist eigentlich nicht mehr nötig hier. So. Da reiße ich noch ab. Und auch diesen Eingang hier. Der ist auch nicht mehr wirklich nötig. Er kommt. Baut ihn ab. So. Oh. Da bleibt eine Tür. Ich hätte gesagt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir haben es hingekriegt. Es läuft wieder. Ich bin so froh. Und wir haben eigentlich hier draußen Platz für ein Lager. Dass wir das da wieder wegnehmen können. Ich danke euch vielmals. Fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.